Du hast einen Online-Shop und möchtest mehr Reichweite erhalten, um deine Umsätze zu erhöhen? Dann solltest du unbedingt die großen Marktplätze wie Amazon und Ebay für dich nutzen. In diesem Video möchte ich dir eine Schnittstelle für gängige Online-Shops zeigen, mit der du alle großen Marktplätze verbinden kannst, um deinen Umsatz auf den nächsten Level zu bringen. Viel Spaß dabei! Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin es wieder euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Wie bereits angesprochen, geht es heute um eine Schnittstelle, die euren Online-Shop mit den großen Marktplätzen verbindet, um hier effektiv mehr Umsätze zu erzielen und die Verwaltung zu vereinfachen. Es geht hier um die Schnittstelle MagnaLista. MagnaLista ist ein gängiges Tool für viele gängige Online-Shops, deswegen ist sicherlich auch dein Online-Shop hier mit dabei. Falls du aber keinen Online-Shop hast, dann wäre das die ideale Gelegenheit, um hier einen eigenen Online-Shop zu erstellen, um hier dieses Tool, diese Schnittstelle dafür zu nutzen, alle Marktplätze gesamt zu verbinden, auf denen du verkaufen möchtest. Falls dich generell solche Themen interessieren, dann abonnier auch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du auch kein weiteres Video mehr. Alle Informationen zu MagnaLista, aber auch alles rund um das Video, findest du unten in der Videobeschreibung oder oben in der Infobox, blende ich dir ab und zu auch mal was ein. Vorab schon mal zu sagen, ich nutze MagnaLista selbst und das schon seit mehreren Jahren, seitdem ich einen eigenen Online-Shop habe, verbinde ich über die Schnittstelle MagnaLista alle Marktplätze zusammen und dann verwalte ich das Ganze über meinen Online-Shop. Wir schauen uns dennoch mal die Vorteile an, die diese Software bietet. Wir können Artikel direkt aus dem Shop auf die einzelnen Marktplätze hochladen und listen. Wir können Bestellungen automatisch importieren und synchronisieren. Wir können Lagerbestände und Preise synchronisieren, aber auch den Bestellstatus wie versendet oder ihr habt ein Produkt storniert, wird direkt an den jeweiligen Marktplatz übermittelt. Bestellungen, Rechnungen und Inventar werden zentral verwaltet. Ihr könnt Rechnungen natürlich selbst über euer Warenwirtschaftssystem oder über euren Online-Shop erstellen. Diese werden dann über MagnaLista an den jeweiligen Marktplatz weitergeleitet und erhalten die Kunden, ohne dass ihr dafür weitere E-Mails versenden müsst oder so. Hookpoint-System für individuelle Erweiterung ist hier auch mit integriert und somit könnt ihr spezielle und individuelle Erweiterung und Anpassungen vornehmen. Einmal hier ein Überblick, wie das Ganze hier aussieht und miteinander zusammenspielt. Also ihr habt hier den Online-Shop. Wir werden es übrigens anhand eines Shopware sechs Shops präsentieren. So könnt ihr dann das Ganze sehen, wie das Ganze aufgebaut ist. Aber wir haben hier auch Shopify, Gambio, Magento, Presta-Shop und viele mehr. Wir schauen uns gleich an, welche Shops da überhaupt verfügbar sind, falls du jetzt hier nicht deinen Shop siehst. Wir installieren die Schnittstelle MagnaLista in unserem Shop-System, was sehr einfach und simpel geht. Wir schauen uns das gleich auch an. Und dann können wir die Artikel über die MagnaLista-Schnittstelle an die einzelnen Marktplätze hochladen und somit werden diese synchronisiert. Mit Lagerbeständen, mit Beschreibung, mit Bildern und vieles andere auch. So, dann, wenn ein Verkauf ausgelöst wird, zum Beispiel bei Amazon, wird das an das Shop-System über die Schnittstelle MagnaLista synchronisiert und somit habt ihr das im Shop und könnt es bearbeiten. Habt ihr noch eine Schnittstelle, ein Warenwirtschaftssystem dazwischen, wo ihr Rechnungen, Lagerbestände oder Versandstatus verändert, dann wird das an das Shop-System weitergeleitet und vom Shop-System über das MagnaLista an die jeweiligen Marktplätze weiter synchronisiert. Also echt ideal gemacht, ein sehr gutes Zusammenspiel, um hier die Verwaltung so einfach wie möglich zu gestalten. Schauen wir mal die ganzen Online-Shops, die dafür verfügbar sind. Wir werden es, wie gesagt, anhand Shopware präsentieren und zeigen, aber auch viele, viele andere sind hier mit dabei. So, gucken wir uns nochmal die Marktplätze an. Welche Marktplätze sind denn hier abgedeckt? Aber auch hier, wie du siehst, sind alle gängigen Marktplätze vom Giganten Amazon bis hin zu irgendwelchen Preisvergleichsplattformen. Alle sind hier dabei. Somit kannst du hier definitiv einiges für dich entdecken, um hier effektiv besser zu verkaufen. So, natürlich müssen wir uns auch die Preise einmal anschauen. Wir haben hier verschiedene Tarife und Pakete, die hier MagnaLista bietet. Es beginnt mit Business-Paket. Ihr müsst dann schauen, was für euch hier relevant ist. Wir haben hier dann inklusive 350 Artikel, Uploads und Bestellungen monatlich kombiniert. Einen Shop, in der Regel ist es immer ein Shop-System und dann die jeweiligen Anbindungen der Marktplätze. Einen Marktplatz inklusive. Jeder zusätzliche Marktplatz kostet dann 20 Euro monatlich mehr. Ich sehe gerade, ihr habt hier auch eine Aktion. Bis zum 31.05.2024 könnt ihr hier für 29 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer das Ganze abschließen. Ab dem 24. Monat wird das dann auf 39 Euro hochgehen. Also 10 Euro könnt ihr hier sparen. Ultimate-Paket, dementsprechend habt ihr dann mehr Uploads und Bestellungssynchronisation, aber auch einen weiteren Marktplatz mehr. Und jeder weitere Marktplatz kostet auch hier 20 Euro zusätzlich, aber auch Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel ein Bilderpaket, dass ihr XXL-Bilder hochladen könnt und dann direkt zusätzlich mehrere Bilder auf einmal. Flat, das was ich nutze, den Flat-Tarif, da habe ich dann ein unlimitiertes Upload, weil ich sehr viele Bestellungen auch habe und viele Uploads durchführe. Ist das für mich definitiv relevant, vielleicht auch für dich. Ein Shop-System mit drei integrierten Marktplätzen inklusive. Jeder zusätzliche Marktplatz kostet dann auch nur 10 Euro und ich habe hier auch noch mehr Zusatzoptionen für jeweilige Marktplätze. Und dann die letzte Option Enterprise, wo ihr dann vieles unlimitiert habt und dementsprechend auch hier noch zusätzliche Funktionen habt. Wählt dein Paket. Jedes dieser Pakete darfst du 30 Tage komplett kostenlos und unverbindlich nutzen und kannst dich dann entscheiden, ob es was für dich ist oder nicht. Ich klicke hier mal drauf und dann kannst du sehen hier 30 Tage kostenlos testen. Registration funktioniert ganz einfach. Name, Vorname, E-Mail-Adresse und dann bist du schon registriert. Bestätige deine E-Mail-Adresse und dann im Kundenbereich legst du die einzelnen Marktplätze fest. Das schauen wir uns auch einmal an. Genau, wenn du dann registriert bist, kannst du hier einen Webshop hinzufügen. Des Weiteren kannst du hier deinen Account kündigen oder bearbeiten. Wenn du auf Bearbeiten klickst, hast du hier die Möglichkeit, Marktplätze hinzuzufügen oder rauszunehmen. Das kannst du für dich entscheiden. Wie gesagt, ich habe hier die Flat-Version, die jetzt läuft und damit haben wir hier sehr viele Marktplätze inklusive, die wir dann ausprobieren können und testen können. Wenn du dann deine Marktplätze gewählt hast, auf denen du gerne verkaufen möchtest, dann akzeptierst du das Ganze, schließt das Ganze ab und bekommst diese Passphrase. Diese musst du dann kopieren und in dein Shop-System in der Schnittstelle einfügen. Wie bereits angesprochen, schauen wir uns die ganzen Einstellungen und die Schnittstelle über das Shop-System Shopware 6 an. Dementsprechend kann ich dir hier zeigen, wie du das Tool installierst. Du gehst einfach auf Erweiterung, auf Store und gibst hier oben Magna-Liste ein. Hier bitte darauf achten, selbst gehostet oder Cloud. Im besten Fall nimmst du dann selbst gehostet, wenn du das gemacht hast und kannst diese Erweiterung einfach installieren. Wenn du die Erweiterung dann installiert hast, begibst du dich einfach hier unter Marketing und Magna-Liste. So und hier wird dann das Ganze direkt eingeblendet. Hier steht, der Passphrase ist nicht korrekt. Das müssen wir nun machen. Wie ich dir gezeigt habe, kopierst du den aus deinem Kundenbereich bei Magna-Liste hier bei den globalen Einstellungen herein. Wenn du das Passphrase hier kopiert hast, drückst du auf Daten speichern. Dann werden dir hier noch weitere Konfigurationen angezeigt, wie zum Beispiel die Artikelnummer oder Produkt-ID. In der Regel wählst du hier Artikelnummer. Die ist dann für deine Synchronisation der einzelnen Artikel und Bestellungen dann zuständig. Diese wird an den Marktplatz dann übermittelt. Falls für dich etwas unverständlich ist, kannst du immer die Infobox anklicken und das Ganze für dich nachlesen, was genau hier die Einstellung betrifft. So in dem Falle wie gesagt Artikelnummer. SKU wird dann an den Marktplatz übergeben. So dann hast du die Möglichkeit hier Statistiken einzustellen. Im besten Fall machst du einfach 14 Monate. Kannst du die Statistiken zu den einzelnen Marktplätzen über Magna-Liste sehen. Bestellinformationen, Bestellnummer, Marktplatzname und Bestellnachricht des Käufers, falls vorhanden, im Kundenkommentar speichern. Das würde ich auch ankreuzen. Das sind dann einfach Kommentare und Hinweise, die der Kunde bei dem Bestellprozess auf dem jeweiligen Marktplatz festlegt. Die werden dann an dich übermittelt. Als nächstes kommen wir zum Inventar. Hier wird der Produktstatus festgelegt. Du hast die Auswahl zwischen, wenn Produktstatus inaktiv ist, wird der Lagerbestand wie Null behandelt oder du sagst immer den aktuellen Lagerbestand nutzen. In dem Falle am besten das hier anklicken und dann ein paar Produkteigenschaften, die du festlegen kannst und zwar Hersteller, Herstellernummer, ERN und ERN hier auch in dem Falle, weil wir hier im europäischen Raum sind. Diese Einstellungen sind in der Regel auch festgelegt und somit kannst du das Ganze speichern. Hier sehen wir noch Experteneinstellungen. Die solltest du lieber nicht verändern. Das ist besser und alles Standard, was da schon eingestellt ist. Dann drückst du auf Daten speichern und schon siehst du hier die ganzen Marktplatzreiter sind am leuchten. Bedeutet, wir könnten jetzt jeden Marktplatz einzeln für uns festlegen und ich würde sagen, wir machen das direkt im nächsten Video für den Marktplatz eBay. Hier sind sehr viele Einstellungen zu treffen, sowie auch hier die Tokenbeantragung und vieles mehr. Wie gesagt, im nächsten Video, falls die Videoreihe schon komplett ist. Es wird in drei Videos aufgeteilt, findest du unten in der Videobeschreibung. Ansonsten abonnier auch gerne diesen Kanal, so verpasst du dann kein neues Video dazu. So, falls du Fragen hast, gerne die Kommentarfunktion nutzen. Ansonsten freue ich mich, wenn ich dir damit weiterhelfen konnte und hier eine Schnittstelle dir gezeigt habe, die für dich und deinen Online-Shop eine Umsatzsteigerung darstellen könnte. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist.